Liebe Leute, ich muss mal wieder was sagen. Und zwar ist es so, dass wir aus meiner Sicht uns immer näher an einen Punkt begeben, von dem bestimmte Quellen sagen, dass es das sogenannte Ende der Welt ist. Und bezugnehmend auf das Video von Jochen Kirchhoff ist damit gemeint das Ende einer Vorstellung von Welt. Es ist nicht das Ende der materiellen, physischen, substanziellen Welt, sondern es ist das Ende einer Vorstellung, die verknüpft ist mit unserer Kultur auf eine Art und Weise, die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Ich muss hier an dieser Stelle meinen Beruf betonen. Ich bin Naturwissenschaftler, ich bin kein Theologe. Ob ich an Gott glaube, das ist im Grunde genommen keine Frage. Ich bin in erster Linie Konstruktivist. Meine Vorstellung von Bewusstsein, von Wirklichkeit ist, dass das etwas ist, was in den Hirnen der einzelnen Menschen entsteht, als das Resultat des Lebendigseins des Organismus. Also der Organismus ist lebendig, er hat ein Gehirn und das Gehirn hat eine Funktion. Es nimmt Sinne auf über die Augen, über die Ohren, über die Nase, Körpersinn, also Körperempfindungen einerseits. Und dann gibt es auch noch dieses Ganze, was man mit Erinnerungen verbindet. Also alles, was vergangen ist, was im Gedächtnis ist, das spielt auch noch hinein in dieses Ding, was man als Bewusstsein bezeichnet. Und in diesem Bewusstsein gibt es bei manchen Menschen diese Vorstellung von Gott. Aber es ist keine Notwendigkeit, dass man an Gott glaubt, um diese Dinge zu verstehen. Also von denen ich jetzt rede, von diesem sogenannten Ende der Welt. Also dieses sogenannte Ende der Welt, das kann man auch beschreiben, ganz nüchtern, naturwissenschaftlich, materiell, unreligiös, unspirituell. Und man kommt trotzdem zur gleichen Beschreibung. Es ist quasi so, dass wir ja alle miteinander Beziehungen haben. Wir sind, wir kommunizieren miteinander, wir begegnen uns auf der Arbeit, wir begegnen uns im Supermarkt, auf der Straße, wo wir halt miteinander zu tun haben, begegnen wir uns. Und da haben wir zwei Arten von Beziehungen. In der einen Art von Beziehungen geht es um Geld. Da spielt Geld eine Rolle. Und in einer anderen Beziehung geht es nicht um Geld. Also zum Beispiel sind alle Verträge, die geschlossen werden, diese Beziehungen, die mit Geld zu tun haben, bis auf wenige Ausnahmen bei einem Ehevertrag zum Beispiel, oder einer Art vertraglichen Vereinbarung, da ist diese Geldwertigkeit des Vertrages nicht so vordergründig. Und gar nicht spielt das Geld eine Rolle in Beziehungen zu Freunden, zu Verwandten, zu Bekannten, zu bestimmten Tätigkeiten, zu Tieren, zur Umwelt, zu den Dingen, die einen umgeben. Also das sind Beziehungen, da spielt Geld keine Rolle. Und jetzt ist es quasi so, dass in diesem Teil unserer Beziehungen, wo es um Geld geht, da herrscht seit, ja, seit Menschengedenken wahrscheinlich, seit, ich würde sagen, mindestens 6.000 Jahren, bis vor 11.000 Jahren herrscht das Prinzip des Zinsnehmens. Das war noch nie anders. Und das ist der Kern dessen, was wir als Kapitalismus bezeichnen. Dass das so ist, dass das Zinsnehmen identisch ist mit dem Kapitalismus, kann man lange drüber reden. Es ist, aus meiner Sicht, ist es nicht mehr widerlegbar. Es gibt immer noch Leute, die versuchen, das zu trennen, aber es ist ein und dasselbe. Und jetzt ist es so, dass man verstehen muss, dass jeder ja in seiner eigenen Welt lebt und von seiner Position aus, also jeder und jede und jedes lebt in seiner eigenen Welt und guckt von dort aus sozusagen auf dieses Ding, was wir miteinander als Menschheit, die wir mit dem Geldsystem seit 6.000 Jahren unseren Gruppenzusammenhang gestalten und unseren Umweltkontakt. Dass dieses Geldsystem, das ist ja quasi in jedem Bewusstsein irgendwo in irgendeiner Form vorhanden. Also mindestens ist es so, dass wir alle wissen, was Geld ist. Wir kennen diese ganzen Begriffe, die damit zu tun haben. Sparen, Kredit, Preise. Wir kennen das Wort Inflation, auch wenn wir vielleicht nicht genau wissen, was es bedeutet. Wir wissen, was der Staat ist und was Eigentum ist und Besitz und Mietvertrag und wir wissen, was so ganz grob, was Rechtsordnungen sind, politische Systeme haben wir gehört. Also das sind alles Dinge, die hängen im Kern mit dem Geldsystem zusammen und wir kommen jetzt in so eine, die Zinsen sind sehr niedrig beziehungsweise wir sind an diesem Punkt, wo die schon unter die Null getaucht sind für bestimmte Vermögensgrößen und das wird weiter zunehmen, dass im Grunde genommen alle Leute diese negativen Zinsen spüren. Und das ist etwas, wir kommen da in einen Bereich des Zinsniveaus, das ist eine unbekannte Welt. Das ist etwas, das wir seit 6000 Jahren nicht gekannt haben, von dem wir auch nicht genau wissen, wie das unsere Welt verändern wird. Es wird unsere Welt verändern und wir stehen an dieser Schwelle und es gibt schon relativ viele Leute, die haben angefangen, die anderen darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas passiert und haben auch schon angefangen, Voraussagen zu machen, was da alles passieren wird. Mein Punkt ist jetzt hier in diesem Video, und das hängt mit diesem Begriff von Konstruktivismus zusammen oder von Wirklichkeit, den ich habe, dass es jetzt besonders wichtig ist, dass nicht nur wenige sich Gedanken darüber machen, was da eigentlich auf uns zukommt, wenn die Guthabenzinsen und die Kreditzinsen negativ werden, was das für Implikationen hat, was das für eine Art von Politik erfordert, was die positiven Effekte sein werden, was aber auch die negativen Effekte sein werden, weil es ist nicht nur gut, was da kommt, es hat auch schlechte Seiten. Man muss jetzt nicht denken, dass sich jetzt hier alles in Luft auflöst. Aber es ist unheimlich wichtig, dass jeder, der denkfähig ist und der Meinung ist, dass er am Ende der Welt, sozusagen am Anfang einer völlig neuen Zeit, sich daran beteiligen will, zu verstehen, was hier passiert. Dass diese ganzen Leute, die sich dazu berufen fühlen und sich dazu in der Lage sind, dieses zu leisten, dass diese Menschen jetzt anfangen, sich mal darüber Gedanken zu machen und nicht nur selbst darüber nachdenken, sondern auch mit anderen darüber reden, damit wir eine vollständigere Darstellung dessen bekommen, einmal was bis jetzt mit uns passiert ist, was das Geldsystem der Kapitalismus mit uns gemacht hat und was vielleicht dann in der Zukunft, wie auch immer, was heißt vielleicht, also es wird irgendwie passieren und was da passiert, das können wir nur projizieren, was da auf uns zukommt und wie wir das gestalten wollen, weil was jetzt alles passieren wird, ich habe jetzt schon viele Überlegungen angestellt, was da genau an diesem Übergang passiert und wie lange der sich so zieht, das ist sehr kompliziert. Also was ich zum Beispiel von meinem Standpunkt aus sagen kann, ist, dass wenn alle Zinsarten, also nicht nur die Geldmarktzinsen, sondern auch die Mietzinsen, die Pachtzinsen, Lizenzgebühren, Leihgebühren, Nutzungsgebühren, also alle Preise für Verfügungsrechte an Sachen, wenn die alle in diesem Bereich von 0% liegen und anfangen darunter zu tauchen, da sind wir jetzt noch nicht, wir sind da jetzt bei den Geldmarktzinsen, aber wenn das so mit den Negativzinsen bei den Geldmarktzinsen weitergeht, dann werden alle Arten von Zinsen irgendwann diesen Bereich von 0% erreichen, also dieser Gewinnanteil in der Miete verschwindet, der Gewinnanteil an Pachteinnahmen, bei Lizenzgebühren, bei Patenten zum Beispiel, Leihgebühren, da wird es, die Preiswerten so niedrig sein, dass quasi der Gewinnanteil für den Eigentümer verschwindet. In diesem Moment fangen an diese Denkfiguren Eigentum und Besitz miteinander zu verschmelzen, beziehungsweise der Unterschied verschwindet und dieser sogenannte Klassengegensatz, der durch die Gruppe der Eigentümer und durch die Gruppe der Besitzer definiert wird, also das sind zwei Gruppen und die haben miteinander eine Beziehung, dieser Klassengegensatz, der fängt an zu verschwinden und es gibt keine Zwei-Klassengesellschaft mehr. Das ist etwas, das beginnt jetzt erst und bis das erreicht wird, das wird noch Jahrzehnte dauern, je nachdem wie das läuft, je nachdem wie bewusst sich die Leute werden über das, was jetzt passiert und je nachdem, ob das auch gewollt ist. Man kann ja nicht sagen, wie die Leute das entscheiden. Wenn die Leute sagen, wir wollen wieder Kapitalismus machen, dann werden wir diesen Punkt nie erreichen. Aber was dann passieren wird, ist, dass Herrschaft endet unter Menschen. Das ist jetzt schon im Geldsystem so, dass die Sparer nicht mehr herrschen über die Gruppe der Kreditnehmer. Der Sparer hat drei Zinsknechte, den Staat, die privaten Haushalte und die Unternehmen und Betriebe. Das ist schon mal ein Geldsystem so, aber das wird dann irgendwann bei allen Arten von, in allen Arten von Live-Verträgen und Verträgen, in denen es um den Verkauf von Verfügungsrechten an Sachen geschehen. Und dann gibt es keine, dann ist das kein Herrschaftsverhältnis mehr zwischen Besitzern und Eigentümern, sondern die sind dann vollkommen gleich und der Eigentümer erhebt nicht mehr eine Forderung gegenüber dem Besitzer, sondern dem Mieter ist das dann egal, ob das seine eigene Wohnung ist oder ob das eine gemietete Wohnung ist, weil er für die Nutzung der Wohnung genau das Gleiche zahlt, wie wenn er Eigentümer wäre. Wenn die Zinsen dann noch weiter sinken, dann wird es für den Eigentümer irrational, die Wohnung zu halten, weil er dann drauf zahlt. Und dann wird er versuchen, das zu verkaufen. Und dann beginnt dieses, was Marx betrachtet hat, als die Vergemeinschaftung des Kapitals. Das setzt ja jetzt im Grunde auch schon an, dass in dem Moment, wo die Geldmarktzinsen negativ werden, da wird quasi das gesamte Geld in der Hand von Nichtbanken umverteilt. Es ist wie eine Vermögenssteuer. Das wird immer von den Leuten, die die haben, zu denen, die nicht haben, umverteilt. Dieser Prozess, der ist schwierig zu verstehen, was da alles passiert, und ich kann nur jedem raten, da selbst drüber nachzudenken, das ist leider sehr kompliziert. Es ist nicht so einfach zu sagen, und da in die Falle treten ganz viele, dass alle Sparer verlieren werden. Das ist einfach falsch. Die größten Sparer werden verlieren. Das sind die Eigentümer von größten Geldvermögen. Die werden verlieren. Aber je kleiner das Sparvermögen ist, desto mehr werden die Sparer von den Negativzinsen profitieren. Das hört sich paradox an. Das liegt aber einfach daran, dass ja, wenn das hier quasi die Bank ist, der Bankensektor, dann gibt es auf der einen Seite die Gruppe der Sparer, der Leihnehmer und so weiter, äh, der Leihgeber, und auf der anderen Seite die Gruppe der Kreditnehmer. Und diese Negativzinsen, die alle Sparer zahlen müssen, die gesamte Gruppe der Sparer, die verschwinden ja nicht einfach, sondern sie werden eingezogen und sie werden umverteilt über den Kreislauf. Und diese Zinsen, die fließen, die fließen ins Geldsystem rein und fließen dann auch zu denjenigen zurück, von deren Konto die Zinsen genommen wurden. Es ist also nicht so einfach zu sagen, dass wer da jetzt alles netto gewinnt oder verliert, man kann das grob schätzen. Meine Schätzung ist, dass die unteren 85% am Anfang profitieren werden. Das ergibt sich aus der Betrachtung der Vermögensverteilung über einen längeren Zeitraum. Da sieht man nämlich, dass die unteren 8-9 Dezilen, verloren haben, das ist bekannt unter dieser Bezeichnung, dass der Mittelstand kaputt geht, dass der sozusagen abschmilzt und nur die oberen 5-10% der Vermögensverteilung profitiert haben. Daran sieht man das. Und das war ja, zum Beispiel, wenn man jetzt die Vermögensverteilung betrachtet, zwischen 2007 und 2012. Da gibt es im Internet Daten, kann man gucken, Vermögensverteilung, da findet man ein berühmtes Bild. Und da kann man sich ja klar machen, das war ja eine Zeit, zwischen 2007 und 2012, wo die Geldmarktzinsen positiv waren. Das war im Euro-Raum so, in Deutschland auf jeden Fall. Und wenn die Zinsen negativ werden, dann wird das umgepolt. Das heißt, die Zinsen fließen letztendlich von allen Vermögen weg, aber natürlich am meisten von den großen Vermögen und werden über den Geldkreislauf umverteilt auf alle anderen kleineren Vermögen. Und das wird bewirken, dass die Mieten sinken, weil mehr gebaut wird, mehr Angebot an Wohnraum geschaffen wird, auch an Mietraumwohnung, und weil weniger Leute Mieter sind und mehr Leute Eigentümer von Wohnungen, also als Mieter ausfallen, also weil die Nachfrage sinkt. Beides führt zum Absenken des Mietzinses, die Erhöhung des Angebots an Wohnraum und die Senkung der Nachfrage führt beides zu Senkungen des Mietzinses. Das zweite ist, dass die Löhne steigen werden. Die Begründung ist kompliziert, kann man auf meiner Seite nachlesen, kann man auch selber am besten darüber nachdenken. Sollte auch jeder mal tun, warum das passieren wird. Ich behaupte das und ich kann das auch sagen. Das dritte ist, dass die Kaufkraft, also dass die Preise, alle Preise für Erzeugnisse der Industrie oder überhaupt der Wirtschaft, dass die sinken werden und zwar aufgrund des absinkenden Kapitalkostenanteils in den Preisen. Also das, wenn man eine Rechnung anstellt, woraus sich Preise zusammensetzen, dann findet man, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette anschaut und die ganze Lieferkette für ein Erzeugnis, was auch immer es ist, dass sich die Preise aus drei Positionen zusammensetzen, nämlich aus Arbeitskosten, die eine Tendenz haben zu steigen, Gewinne der Unternehmer der gesamten Wertschöpfungskette und Lieferkette und das dritte sind die Kapitalkosten und zu den Kapitalkosten gehören die Abschreibung der Produktionsgüter, also die Verschleißkosten, also die Kosten für die Kompensation des Verschleißes und der Abnutzungserscheinung plus Betriebsmittel, muss man eigentlich auch noch dazu rechnen, und auf der anderen Seite die Fremdkapitalzinsen, also die Mieten, die die Unternehmer zu zahlen haben, die das Produkt herstellen, die Kreditzinsen, Lizenzgebühren für Patente und so weiter, also dieser Teil wird sinken, dieser Kapitalkostenanteil und das wird dazu führen, dass die Preise sinken unter bestimmten Voraussetzungen über die Natur, über die Art des Geldsystems, kann man gucken, da geht es um die Frage, haben wir ein Vollreservesystem oder ein Mindestreservesystem, da sollte sich auch jeder mal klar werden, was er da möchte, oder sie, und das jetzt bedeutet, diese sinkenden Preise, die bewirken, dass die Kaufkraft von nominal feststehenden Bezügen und Einkommen steigen wird, also zum Beispiel die Kaufkraft von Renten und Pensionen und die Kaufkraft von Löhnen und das bedeutet, dass dieses Phänomen, was wir als Arbeitskampf bezeichnen, verschwinden wird. Es wird gar nicht mehr nötig sein, für höhere Löhne zu kämpfen, weil das, weil die Preise eine Tendenz haben, abzuwerten, also zu schrumpfen, ja, wir sehen das, in jedem Buch über Geldtheorie und Volkswirtschaftslehre kann man finden, dass da eine Korrelation besteht zwischen der Inflation und der Höhe des Zinsniveaus oder der Kreditzinsen mit einem Korrelationskoeffizienten von über 90 Prozent. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass diese Korrelation zusammenbrechen soll, nur weil jetzt die Geldmarktzinsen negativ werden und das bedeutet, dass die Inflation negativ wird. Dass man diese Deflation, die daraus folgt, nicht fürchten muss, weil man sich vielleicht erinnert an die Deflation der 20er Jahre, der 1920er Jahre, das liegt daran, dass das eine ganz andere Art von Deflation ist. Man darf diese Arten von Deflation nicht in einen Topf tun, das sind zwei unterschiedliche Arten Deflation, habe ich auch auf meiner Seite beschrieben. Also meine Message hier ist, ich bitte jeden Menschen, der denken kann, dass er sich Gedanken darüber macht, was hier gerade im Geldsystem passiert mit den Negativzinsen. Es ist noch nicht vorbei, es gibt immer noch Kräfte und die sind stark und einflussreich, die sind in allen Parteien zu finden. In der AfD ist der Hort von diesen Leuten. In der Union gibt es auch noch genügend von denen, das sind die, die gerne mit der AfD paktieren würden. Das ist aber, glaube ich, ist aber eine Minderheit, denke ich. Hoffe ich. In der FDP, in der SPD auch, da gibt es auch diese Fraktionen, die den Kapitalismus beschützen wollen und auf gar keinen Fall wollen, dass sie ihn verletzen. In der Linkspartei sieht sie auch, ja. Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi, Axel Trost, Fabio De Masi, bei den Grünen, Sven Giegold und viele andere. Also es gibt immer noch diese Leute, die nicht wollen, dass die Zinsen negativ werden, die sich mit allem dagegen wehren und diese alte Ordnung und dieses Vergangene im Grunde genommen weiterführen wollen mit allen bekannten Folgen aus der Geschichte. Und dann gibt es aber die, die immer mehr verstehen, was hier gerade passiert und wir sind aber nicht genügend, wir sind immer noch nicht genügend und wir brauchen einfach Unterstützung von allen Leuten, die verstehen, was hier gerade passiert. Das ist nämlich, wir sind mitten in der größten Revolution der Menschheitsgeschichte. Manche sagen, jetzt kommt der größte Crash aller Zeiten, das sagt der Marc Friedrich, der da so einen Crashbruch bezeichnet. Und was ich dazu sage ist, es wird eine Art Zusammenbruch geben, aber nicht im Geldsystem, sondern in den Köpfen. Und das wird auch nur bei den Leuten geschehen, die sich nicht vorstellen können, dass das auch anders geht als mit positiven Zinsen. Die werden eine sehr unsanfte Landung haben. Die werden das gar nicht begreifen. Derjenige, der als erstes gesehen hat, dass da eine zweite Hälfte ist, die bis zu diesem Zeitpunkt auch schon unbetreten war. Das war Jesus Christus, der hat gesagt, dass die Leute, die da nicht zuhören wollen und die das nicht kapieren, was da gerade abgeht, bei denen wird es sein, heulen und Zähne klappern. Die werden, die werden, nein, ich war nicht dabei. Ich habe das nicht mitbekommen und ich wollte nicht. Die werden, die werden, die werden sich, die werden einfach heulen und mit den Zähnen klappern. Das hat er gesagt. Also, bitte, setzt euch hin, nehmt euch Zeit. Ich weiß, dass das schwer ist und ich glaube, wir sollten auch alle dafür kämpfen, dass wir alle ein bisschen mehr Zeit haben für das Private, weil das sind Sachen, die gehören ins Private. Setzt euch hin und versucht mal zu verstehen, was hier gerade passiert, weil das ist unglaublich. Das ist ein unglaubliches Ereignis und es wäre schade, wenn das, was jetzt kommt, nur von so wenigen Leuten bestimmt wird, weil die verstehen, wie diese Mechanismen sind, was da jetzt gerade auch politisch passiert. Wir brauchen es, dass wirklich die gesamte Bevölkerung daran teilnimmt. und versteht, was hier passiert. Das ist ein Ereignis, das kann man sich, das geht weit über sowas wie eine Sonnenfinsternis oder so hinaus. Das ist ein soziologisches Ereignis und wir sind mittendrin. Also, bitte, Leute, setzt euch hin, überlegt euch, was hier gerade passiert, macht euch das bewusst und dann macht die Augen auf, weil es ist unglaublich, unglaublich spannend. Ja, und besucht meine Seite, die heißt www.tim-deutschmann.de das ist ein Ereignis. Das ist ein Ereignis. Das ist ein Ereignis. Das ist ein Ereignis.